Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Smash-Video, diesmal wieder, oder das erste Mal eigentlich, gegen André von Battle Arena, also BIMON. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Der ein oder andere mag ihn kennen. Und wir haben schon letztens mal versucht, Smash aufzunehmen, da habe ich aber leider verkackt mit der Aufnahme mit dem Ton. Und das Ding ist, ich habe ja im letzten Video gesagt, es wäre schon cool, wenn man jemand anders hat, damit ein bisschen mehr Leute reden beim Smachen. Das Problem ist, André und ich, wenn wir gegeneinander spielen, wir sind so richtig krasse Kontrahenten und wir schweigen eigentlich meistens. Wir sind Rivalen bis aufs Blut. Ja. Ich muss mich auch mittlerweile, also André war am Anfang halt richtig schlecht. Also richtig schlecht, ne? Am Anfang war es so, das war ja auch dein erstes Smash, glaube ich. Nach dem N64-Teil, ja, war es mein erstes Smash. Genau. Das war halt, also am Anfang war er halt richtig schlecht und jetzt hat er halt wirklich so ein paar Charaktere, mit denen er ganz gut klarkommt, wie jetzt halt Greninja und so. Und da muss ich mich doch schon teilweise ganz schön anstrengen. So, André sagt gar keinen Wurs, ich habe jetzt schon so viel gesagt. Ja, du musst dich teilweise echt anstrengen. Ich muss mich bei dir auch anstrengen. Ja. Was ist das auch? Fail. Und ja, wir werden, denke ich mal, also André wird so der YouTuber sein, mit dem ja wahrscheinlich sehr oft, äh, Bettel zum Training. Nein! Also mit dem ich sehr oft Battles mache, weil wir einfach, ja, wir sind, wir hängen oft zusammen im TS rum und, äh, deshalb wird mit ihm der ein oder andere Kampf doch mehr kommen als mit anderen YouTubern. Komm, da wird auch. Hauptsache ich kenne mich ja fast selbst, ne? Ich habe dich mal kurz eingeleckt, du magst das doch. Ja, sehr. Sehr, bitte mehr davon. Ist okay. So. Und ich spiele hier Mario, wie ihr seht, wir spielen hier auch in der Serie, machen, denke ich mal, zwei, drei Kämpfe und ich spiele hier in der Serie Mario, denn Mario bin ich gerade am Üben. Ähm, Mario ist halt eigentlich ein cooler Dude, hat coole Kombos am Start und kann auch relativ viel. Schade. Ich fand's nicht so cool. Auf mich mal. Nein, 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 nein. Oh, ich krieg's nicht gebacken. Ich zieh dir kein einziges Rockabgreif. Damn, damn. Das regt mich richtig auf, ey. Nein, doch, den letzten, den kriegst du schon. Ich muss jetzt nicht schlechter spielen, bloß wegen mir. Was machst du? Ich muss jetzt nicht schlechter spielen, bloß wegen mir. Nee, ich spiele ja nicht schlechter. Nein. Ich spiele ja nicht schlechter wegen dir. Wie gesagt, das hat ja... Oh, ja. Das war aber gerade knapp, ey. Das war richtig knapp. Nein, nein, nein. Nein. Oh, mein Gott. Das klappt irgendwie auch bei dir. Der ab Smash, der geht immer gut klar bei Kommen. Ja, weil ich immer so blöd bin und immer kontern will halt. Also, das ist bestimmt... So, ich liebe das, wenn bei Smash die Kamera so geil reinzoomt. Frag mich nie, warum die jetzt bei mir so weit reingezoomt ist. Wenn ich irgendwas gedrückt habe, aber so. Ist die bei dir aus der Seite drin? Warum? Ich finde das geil, das ist auch froh. Das sieht bestimmt gerade total assi aus, wie ich da hocke. In meiner Face-Campus. Ach ja, André nimmt auch auf. Wir sind uns jetzt noch nie... Also, ich habe... Nein, es war geil. Der ist genau reingerannt. Alter, du Sack. Wir sind uns jetzt, glaube ich, noch nie genauso sicher. Wollen wir jedem jetzt immer das Gleiche hochladen? Oder wollen wir vielleicht immer... Ein Match bei dir, ein Match bei mir? Wenn wir zusammen spielen? Wir können das Gleiche hochladen. Wir können jetzt dann cutten und so. Also, mir ist egal, wie du das. Mir ist es auch egal. Weil wir machen das dann nachher, nachher aufnehmen, machen wir uns das dann aus. Ja. Genau, wir machen noch den nächsten Kampf. Wie gesagt, ich bleib jetzt bei Mario. André wechselt vielleicht. Oder bei Burt bei Kvajutsu. Schauen wir mal. Das ist noch nicht mein Rischer. Der Rischer kommt erst noch. Der kleine. Der kleine Kürbiser. Der kleine Kürbiser kommt erst noch. Ja. Kürbiser. André ist ein Kürbiser hasse ich. Wie die Pest. Ja, das kann. Also, richtig. Das ist richtig schlimm. Mag ich überhaupt nicht. Also, gegen Kürbiser kann ich schon so gut, sag ich mal, zu 100%. Also, da weiß ich halt, wie ich manche Attacken auskontern kann. Aber zum Beispiel bei Mario weiß ich das leider nicht. Oh, ich hasse das. Geht er uns an. Nein. Und, ähm, ja, Mario ist wirklich... Nächster Elbe-Skill. Nächster Elbe-Skill. Keine Ahnung. Au. Was ist das? Nein, 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 nein. Ich hasse die Attacke. Ich bin echt voll angespannt. Sieht man das? Sieht man das? Ich bin echt total angespannt, gucke gerade, damit ich ja kein Fehler mache bei dir. Nein, ich habe doch geblockt. Na klar. Das hasse ich immer. Das kannst du... Das kannst du richtig gut an dieser Kante da rumdingsen. Rumdingsen, rumstelzen. Kantenstelz. Kantenstelz. Genau, richtig geilen Kantenstelz. Das ist immer so mein Gewisse. Irgendwann bleibt irgendjemand stehen. Ja. Das ist okay. Bam! Oh, das hat sogar gereicht. Läuft. So, das ist neu hier. Nein. Nein! Immer dasselbe, ne? Das ist so krank. Warum? Genau, ich kann das irgendwie gut. Immer, immer. Und ich weiß das doch. Ich bin ja nicht dumm, weißt du? Ich verstehe das einfach nicht. Ich könnte natürlich auch gerne Anparkung schicken, wenn du slasht. Was können? Ich könnte natürlich auch gerne Anparkung schicken, wenn du sero smasht. Ja, ich hätte auch schon mal gesagt, ich spiele auch gerne im Stream dann immer gegen die Leute und so. Das macht auch Laune. Denkste. Nein! Nein! Schade, dass er nicht voll war. Na klar. Läuft bei dir, oder? Ursachen. Ne. Das ist ein... Das... So etwas ärgert mich dann immer. Schade. Guck mal, das ist so... Ich... Oh Gott, jetzt wird es schwierig, Leute. Na, komm. Ach, ne. Das ist... Nein! Puh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Drecksack-Sage, ne? Nein, das ist... Also wir durften uns das nicht übernehmen, wenn wir uns ein bisschen hier dissen nebenbei. Das ist alles für Spaß. Wirklich getan wir uns. Das ist alles, das ist natürlich alles für Spaß, na klar. Das ist ganz, ganz viel. Das ist manchmal. Oh, jetzt verpiss dich doch mal! 36 Prozent, du musst langsam weg. So. Kommt ihr soweit? Wie war's das? Nein, wieder falsch... Falschen Knopf gedrückt. Hä? What the... Fuck. Schade. Nice. Komm schon. Den ziehst du mir noch ab, hä? Den will ich noch. Oh. What the fuck? Was war das? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das war das mit. Mindgames! Nein, nein, nein! Oh, fuck! Richtig nice. Kannst du mir mal sagen, was das für eine Range gewesen ist? Ja, ich stehe neben mir die Kriste. Es ist schon nicht wie im Horn. Ja. Ja. Okay. Okay. So, letztes Match. Wir machen mal Best of Three oder so, ne? Ja, muss ich sagen. Kurz was trinken, meine Freunde. Ach, man. Cool Ninja. Eigentlich mag ich's so sehr. Aber ich muss damit echt noch bisschen... Ich komm mit dem nicht so klar irgendwie, also... Ich weiß auch nicht, ähm, auf dem 3DS fand ich Green Ninja ganz cool, aber da war's, da lag so noch daran, dass, ähm, auf dem 3DS irgendwie, der wurde ja gepatcht, ne? Früher konnte man ja so runterspringen, also diese Attacke, wo der so die Bähne runtermacht und danach, ähm, gleich diese Counter-Attacke machen und das geht ja zum Beispiel jetzt nicht mehr, da ist jetzt so ein Delay drin und der wurde halt ein bisschen angepasst, aber ist trotzdem eigentlich immer noch ein guter, guter Dude, so zum Beispiel. Guck mal, kannst du mir mal sagen, was das jetzt wieder war? Ich steh genau neben dir, mach die Smash-Attacke und es interessiert dich einfach nicht. Nein! Oh, ich wollte gerade sagen, ich stirb jetzt nicht hier. Ich sterb schon nicht genau, als du... Nein, 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 nein! Hauptsache, dass ich blocke und du triffst trotzdem. Hast du geblockt? Das war mir klar. Kleine, frische Gratidu. Nicht runterfallen, kleiner. Nicht runterfallen, kleiner. Nicht runterfallen, kleiner. Nicht runterfallen, kleiner, springfrosch. Nein! Nein! Digga! Spie! Digga, Spie! Silber ist noch gar nicht hier, was du hast. Nein! Nein! Ja, komm her! Wolltest du mir auch eine Chance geben? Genau, weil du sowieso lame bist. Jetzt bin ich lame? Oh, Alter! Hier, hast du das wieder gesehen? Du warst nicht geschützt und es hat nicht getroffen. Was? Die Range manchmal, ne? Nein. Die Ranges manchmal. Das ist halt auch geil, du kannst halt auch das Ding nehmen, um schnell abzuhauen. Du meinst hier... Den Shadow Sneak. Shadow... Shadow Sneak? Hier! Das... Wie nah ich eigentlich an dir war, ne? Au! Ist okay! Komm! Übertreib halt, übertreib halt, Junge! Ich liebe das, wenn du das sagst. Das ist so geil. Übertreib halt, übertreib halt! Beste! Zuck zu! Nein! Ich falle auch jedes Mal auf den Scheiß drauf! Warten! Gib mal Warn, etwa. No. Tschüss! Oh, der war gut! Warte mal Zeit, dass ich mal hier ein bisschen was anderes nehme, als hier Wasserschuhregen und sowas. Ja. Oh! Wenn Mario noch ein bisschen mehr Range hätte, wäre das schon ziemlich sexy, Mann. Danke. Hehehe. Meiiine Flätze! Das ist einfach bloß ein rumgetornter hier. Ein Rumgespringer. Ja. Schade. Komm. Nein! Oh, wie knapp! Oh, wie knapp! Oh, hallo! Nein! Verpiss dich! Nein! Oh Mann! Ich dachte, das reicht aus, um dich jetzt genau nach oben zu schießen! Oh, komm! Ja, klärt mich nochmal mit dem Bildschirm! Ist okay! Ist okay! Das war's von der ersten Folge gegen André! Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare! Und der Kanal von André, der jetzt auch demnächst ein bisschen Schmech neben Pokémon hochlädt, ist in der Infobox. Ja. Du hast das letzte. Ja. Für mich eigentlich das gleiche. Wenn ihr zum Partner gehen wollt, dann guckt in die Kommentare oder in die Infobox. Und ansonsten, ich will eine Revanche los! See you!